Boah, Digga, Junge, was rennst du mir im Weg, du scheiß Ausländer? Was willst du denn, du Kartoffel? Versorg dir erst mal einen Pass. Junge, ich ruf gleich die Polizei, da freu ich dir meine ganzen Freunde. Deine Freunde reiht sich alle hintereinander und die Polizei zerstöre euch mit dir. Ja, genau, hoff mal nicht. Stopp! Ich bin in der AG Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, weil ich gerne anderen Menschen helfen würde, denen es nicht so gut geht. Außerdem finde ich, dass wir es mehr respektieren sollten, dass es uns so gut geht. Ich engagiere mich in der AG Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, um das Klima in der Schule aktiv mitzugestalten. Wir wollen ein friedliches und respektvolles Miteinander und wenden uns gegen Diskriminierung aufgrund von Religion, sozialer Herkunft, sexueller Orientierung oder Hautfarbe. Menschenrechte sind keine Selbstverständlichkeit. Wir sind Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, damit wir einander erkennen. cience, Schule mit Courage,avam, 256, 8, 8, 9, 9, 9, 10id Bread, recursos, 2007, 4, 10id Bread Untertitelung des ZDF, 2020